Jo, und weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 6. Warte! Das ist ja... Unglaublich! Die haben nie abgerichtet! Etwa eine Ahnung, was das ist? Schon mal mit von Deposit-Schnecken hier? Nein. Monster hat die Energie absolviert. Und in ihrem Panzerspeicher? Glauben! Also, sieh dich vor! Sie wurden doch eine Panzer! Alles klar. So... Okay... Um... Scheiße, die müsste ich nur peilen... Bandes und so... Ach, scheiße! Verdammt das, ey! Ja, jetzt bekommt er voll viel Schaden ab der Spaten! Nein! Da sind gerade alle! Verdammt das, ey! So! Oh! Oh! Oh, jetzt kommt er wieder raus! Oh! 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 Inwiegend overlooked tiefer! Okay, warum heilt der so wenig was Jetzt kommt er wieder. So, jetzt killt den endlich mal! Ja, endlich! Verräg, Alter! So. High-Potion erhalten. Lütsa! Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier kann man einfach durchs... Was ist das? Ein... ...Espot. Mit einem Viehchen drin. Das also ist die gefrorene Espot. Oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott! 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 Gefrorene Espot. Irgendwas stimmt nicht mit dem Ding. Gefällt mir ganz und gar nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Mädchen. Ja, Mädchen. Ganz normal. Die gefrorene Kreatur beginnt ein unheimliches Licht auszustrahlen. Okay. W- Was ist das für ein Licht? W- 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 Was war das denn jetzt? Hey Wett, wo steckst du? W- Was passiert mit mir? Und hier is der überlebende Nacht? Woh, was machen die, Ich spieg da gar nicht durch... ...hálooo! Ja kláaaaner... Ja klar, jetzt explodiert die auch noch... ...Machмен果vertrag aber auch... Die arme Kinder die hier jetzt guckucken ey... Stillekebein, okay. Ja klar, jetzt ist die mit. Wann, wer bist du, mein Freund? Ach, ich kann mich bewegen, ist klar. Wo, äh, wo bin ich? Na nun, schon auf dem Bein. Dabei habe ich den Schlechtreich doch gerade erst entfernt. Dieses Stechen. Mein Kopf, alles grätschig. Oh mein Gott. Alles wird verpixelt, man. Hör auf. Tu dich aus, mein Kind. Das sind die Folgen des Zweifels. Der Intrig ist seines Willens beraubt. Und tut alles, was man ihm auftritt. Ich kann mich an nichts verhindern. Sorge dich nicht. Mit der Zeit wirst du dein Gedächtnis zurückgewinnen. Nein, nein! Nein! Eine junge Frau voller Geheimnisse, geboren mit der Gabe der Magie, das Glav vom Imperium nie war. Das könnte man falsch verstehen. Aber egal. EGAL! Mein, mein Name ist Herr. Beeindruckend. Dein Geist scheint stark zu sein, mein Kind. Zu sein steht da gar nicht. Aber egal. Es kam einfach so aus mir raus. Ey, wuff, 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 Alter. Nein, nein. Öffnet die Türe, Mann. Öffnet uns das Mädchen aus, das den Magie-Technik steuert hier. Gib's her, Alter. Wird die Tür auf der Stelle, Mann. Wagt es nicht, das Mädchen zu schützen, ey, Alter. Sie ist eine Handleinerin des Imperiums. Erklärung! Magie-Technik! Ich blick nicht durch! Für Erklärung ist jetzt keine Zeit. Hier. Den Hitz-Captain ist mit Argumenten nichts freizukommen. Hitz-Cop. Lol. Ähm, hier entlang. Schnell. Okay. Wuhu! Ich kann rennen. Ja. Nur richtig rennen kann ich auch. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Hier ist kein Weg. Und so. Da drüben hinterher, Mann! Okay. Ja, dann einfach. Irgendwo hin. Oh mein Gott, ein Kampf! Ach man, jetzt bin ich so schwach, ne? Ich glaube kagiert die, ich brauche. Das dauert nie lang. Entsetzt. Uff! Ok, so. Fun點. 0-46 SPIEL分. Erpp sich bald weg. Ein Spiel温暖. Du 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 duensrank nicht lang. Eine Aufне. Ein L 몸 verwandtrauk. Eggs. gambler warum geht es mit immer schung. Eineём AUTREI入retung. Nein, nein. Ja. und wenn jetzt noch das ist irgendwo eine tue im vorher euer und nächste wird sich der stadt der stadt auch auf 40 und 58 noch mal geschehen wenn ich werde mit einem schlafen übernachtungen draußen ist ein schlafen sollte man sich kaufen nur 58 euro da ist sie, schnappen Sie euch, Alter wie schnell seid ihr denn gekommen Hilfe, oh mein Gott Hilfe oh, oh, sie ist verlässt, oh Mann, oh Gott, ey, scheiße ja, 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 klar, jetzt ist sie weg wenn sie aufwacht, ist sie wieder in ihrem Bett oh nein, da kommt Erinnerung, oh mein Gott seht her, seht her die berühmte Magite-Kleone mit diesem Knechtreif wirst du mir erhörig sein ja, was machst du da, mein Gott oh mein Gott, guckt sie euch an, da ist sie Feuer kommt noch mal, oh mein Gott oh mein Gott und ein Tipp mit einem ganz guten Markt Trappte Soldaten, hört mich, wir stehen am Anfang einer neuen Nähe auf das glorreiche Gestalt- das gestaltige Imperium hat die Magie wiedererweckt nur Erwählten wird diese Heilige Kraft zur äh, zur Teil Leute, ich muss ein Cup machen und wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann